Der kleine Rott, der will mit Macht vertreiben, Hannelore Kram. Es soll ihm nicht gelingen, wir wollen ihm einen singen. Der kleine Rott, das Röttgen, soll wieder nach Berlin. Da darf er Muttis Liebling sein und da gehört er hin. Lalalalalala, 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 lalalalalala. Naja, was soll ich Sie sagen? In die Dingens, in die Umweltministerium, da ist er immer als Tierger gesprungen und denn als Bettvorleger gelandet. Ja, so einen ist das. Ja, da wünschen wir doch schon mal eine gute Heimreise, wa? Tschüss, 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 auf die Maschur.